Ich weiß noch ganz genau, wie alles anfing, und zwar hier in dieser Aula Nummer 5. Mein Platz war der hier. Neben mir saß die wunderbare Eri aus Japan, aus Kyoto. Viktoria aus Russland. Sean ist mit seiner Familie hergezogen aus den Vereinigten Staaten, aus St. Louis, und hat sich am Anfang immer geweigert, Italienisch zu reden. Mittlerweile spricht er gut, dass Italienisch, hat auch aufgehört, Red Bull zu trinken in der Pause, sondern trinkt jetzt auch Espresso. Richard Gerdes. Richard Gerdes war ein Engländer, der 40 Jahre lang Operndirektor war in den Vereinigten Staaten. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich hier hingesetzt habe und dachte, was für eine verrückte Gruppe. Gruppe. Bis zum nächsten Mal.